aus der CDU-CSU-Fraktion hat das Wort. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Ende dieser Debatte zum EEG können wir Bilanz ziehen. Das Fazit ist, die Opposition hat sich redlich bemüht, ein Bild zu zeichnen, die Energiewende werde ausgebremst, aber die Argumente waren dafür herzlich schwach. Es führt kein Weg daran vorbei, an der Tatsache, dass wir ein klares Ziel miteinander haben. Wir als Koalition wollen die Energiewende zum Erfolg führen. Das war, das ist und das bleibt unsere Zielsetzung. Es ist vor allem eine Zahl, mit der ich dies auch noch einmal zum Abschluss dieser Debatte belegen möchte. Es geht um das Ausbauziel. Wir haben im geltenden EEG das Ausbauziel, dass wir bis zum Jahr 2025 40 bis 45 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugen wollen. An diesem Ausbauziel ändert sich nichts, gar nichts. Im Gegenteil, wir bestätigen dieses Ausbauziel. Aber die Situation ist doch nicht so, dass wir im Moment Gefahr laufen, dass wir dieses Ziel unterschreiten würden, sondern ganz im Gegenteil. In sämtlichen letzten Jahren war der Ausbau der erneuerbaren Energien stärker, schneller forciert, als wir es staatlicherseits von der Politik, Sie in der Opposition oder wir in der Regierung erwartet und prognostiziert haben. Und wenn wir so weitermachen, dann überschreiten wir diese Zielsetzung. Darüber kann man sich freuen, wenn denn die Rahmenbedingungen das auch ermöglichen. Aber genau darin liegt doch das Problem. Die Rahmenbedingungen dafür stimmen eben nicht. Und deswegen gilt doch, es geht jetzt nicht darum, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, sondern es geht um den Umbau des Gesamtsystems, wo wir am Ende des Tages die Stromerzeugung vollständig auf erneuerbare Energien umstellen wollen. Das ist die Zielsetzung. Aber dazu müssen eben auch die Rahmenbedingungen stimmen, vom Netzausbau über die Speichertechnologien. Und auch der weiterhin notwendige intelligente Zusammenbau zwischen erneuerbaren Energien und konventionellen Kapazitäten, die wir vorübergehend noch brauchen, gehört genauso mit dazu. Wenn uns das gelingt, dann führen wir die Energiewende zum Erfolg. Aber genau deswegen ist Nachsteuerungsbedarf, deswegen ist Handlungsbedarf da. Und das machen wir mit unserem Gesetzentwurf. Nun hat sich die Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten auf wesentliche Änderungen schon verständigt. Aber das heißt ja nicht, dass wir hier nicht noch auch etwas zu entscheiden hätten. Und so möchte ich drei Punkte nennen, die mir am Herzen liegen, über die wir jetzt in den nächsten Tagen, zwei Wochen noch einmal sprechen müssen, um zu anderen, vielleicht auch, nein, sicherlich zu besseren Ergebnissen zu kommen. Der erste Punkt ist die Akteursvielfalt und die Bürgerenergieprojekte. Ich komme nun aus einer nordfriesischen Region, wo über 90 Prozent der Windparks Bürgerwindparks sind, wo die Bürger einer Gemeinde Eigentümer ihres eigenen Bürgerwindparks sind. Vor über 25 Jahren ist dieses Modell dort entstanden, eine Erfolgsgeschichte. Und ich möchte, dass diese Erfolgsgeschichte auch unter den Bedingungen der Ausschreibungen fortgeschrieben werden kann. Einen Vorschlag hat das Ministerium gemacht. Ich glaube, dass es noch weiterführende Vorschläge gibt, die wir prüfen sollen, um genau diese Bürgerenergieprojekte auch in Zukunft abzusichern. Ein klares Ziel. Der zweite Punkt ist, es ist extrem ärgerlich, dass Strom abgeregelt wird, aber vergütet wird und nicht genutzt wird. Aber besonders ärgerlich finde ich, dass nach aktueller Rechtslage es auch verboten ist, diesen abgeregelten, aber vergüteten Strom zu nutzen. Und das möchte ich ändern. Und darüber diskutieren wir jetzt, in welcher Form das geht. Es gibt die Konzepte der zuschaltbaren Lasten, die man nutzen kann. Mir ist das ein Vorschlag, der noch zu starr im alten System verhaftet ist. Da gibt es intelligentere, weiterführende Möglichkeiten, die Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien auch in die Verantwortung zu nehmen, ihnen auch Geschäftsmodelle zu ermöglichen, direkter Geschäftsbeziehungen. Und wenn der Mehrerlös daraus gleichzeitig zu einem wesentlichen Teil auch zurückfließt in das Härtefallkonto, dann entlastet es finanziell auch das Gesamtsystem. Ein guter Vorschlag, den wir uns in den Ausschussberatungen noch mal genauer ansehen sollten. Da wir mit den Sintec-Regionen, mit konkreten Projekten, die ja auch von uns gefördert werden, vom Bundeswirtschaftsministerium mit initiiert, gibt es Sinn, diese Ergebnisse auch jetzt auf den Weg zu bringen, dass sie auch umgesetzt werden können. Die Chance sollten wir alle mal miteinander nutzen. Dritter Punkt, der mir am Herzen liegt, ist das Thema Referenzertragsmodell. Das sieht vor, dass an windschwächeren Standorten eine höhere Vergütung gezahlt wird. Das haben wir heute schon. Aber wenn mit dem Gesetzentwurf jetzt vorgeschlagen wird, dies noch einmal zu verstärken, für schwächere Standorte noch mehr Geld einzusetzen, dann ist das nach meiner Auffassung das Gegenteil dessen, was wir jetzt mit dem Systemwechsel der Ausschreibungen erreichen wollen. Die Ausschreibungen sollen die effizienteren Projekte nach vorne bringen. Deswegen gibt dies keinen Sinn. Und das müssen wir uns auch noch einmal ansehen, Herr Minister, ob das alles so Sinn gibt, was aus Interessenlage einzelner Bundesländer hier in den Gesetzentwurf eingeflossen ist. Wir müssen ein Interesse miteinander haben, die effizientesten Standorte voranzubringen. Das senkt an die Kosten. Das ist die Zielsetzung, um die es hier geht. Einen letzten Satz möchte ich an unsere grünen Kolleginnen und Kollegen richten, die mit viel Werbe hier unseren Gesetzentwurf kritisiert haben. Mein Rat ist, schauen Sie einmal nach Schleswig-Holstein. Der schleswig-holsteinische grüne Umweltminister Robert Habeck hat gerade seine Form der Energiewende vorgelegt. Er verschiebt seine Ausbauziele mal eben um zehn Jahre, von 2020 auf 2030. Damit wir uns nicht falsch verstehen, das kritisiere ich nicht. Das Ziel ist ja auch in Ordnung. Das Ziel sind wir uns völlig einig, weil es auch das ist, was wir bisher auch aus drei Kernkraftwerken produziert haben. Und das wollen wir ersetzen durch erneuerbare Energien. Da werden Sie nichts dagegen haben, habe ich auch nichts dagegen. Zuhören ist nicht seine Stärke, das haben wir den Tag über schon erlebt. Also ich mache darauf aufmerksam, dass Sie das bitte jetzt in einen Satz packen. Genau. Also schauen Sie sich da an, was der Herr Habeck macht. Offensichtlich führt Regierungsverantwortung auch dazu, sich ein bisschen schrittweise der Realität auch anzunähern. Das, was dort geschieht, das kritisiere ich nicht. Aber Sie sollten sich daran mal orientieren, dass es vielleicht auch tatsächlich Sinn gibt, etwas wieder zu ordnen und zu steuern, wenn etwas aus dem Lot geraten ist. Das tun wir mit diesem Gesetzentwurf. Und damit werden wir uns jetzt in der Ausschussberatung beschäftigen, damit ein gutes Gesetz daraus am Ende wird. Vielen Dank. Applaus Ich schließe die Rede.